Reisen mit Haustier kann für Herrchen, Frauchen und Tierchen ganz schön nervenaufreibend sein. Damit ihr top vorbereitet seid, haben wir vier Tipps für eure Reise mit Haustier. Gesundheitsvorsorge. Ist euer Haustier fit genug, um zu reisen? Reisen kann für Tiere zu einer sehr stressigen Erfahrung werden. Besucht vor eurer Reise den Tierarzt, um mit ihm abzuklären, ob euer Tier alle nötigen Impfungen und Medikamente für eine Reise hat. Informiert euch auch über bestimmte Gefahren oder Risiken vor Ort. Wie zum Beispiel Krankheiten oder Parasiten. Heimtierreisepass. Innerhalb der EU reicht ein simpler EU-Haustierpass. Darin befinden sich eine Beschreibung des Tieres, Impfnachweise und Kontaktdaten von Besitzer und Tierarzt. Ihr bekommt ihn von eurem Tierarzt und er gilt lebenslang. Für gewisse Destinationen, zum Beispiel Schweden, müsst ihr das Tier sogar beim Zoll anmelden. Für sogenannte Drittländer außerhalb der EU muss oft ein neues Gesundheitszeugnis her. Checkt das am besten mit genügend Zeit vorab. Packliste für das Haustier Habt ihr genügend Wasser, Futter und Leckerlis dabei? Darüber hinaus solltet ihr auch an die Leine, Transportkäfig und Spielzeug denken. Die Lieblingsdecke und Spielzeuge des Tieres helfen dabei, die Reise angenehmer und stressfreier zu gestalten. Nicht vergessen, auch für Tierchen ist es angebracht, eine kleine Reiseapotheke zu packen. Training und Vorbereitung Generell gilt, für Tiere kann Reisen schnell stressig werden. Du kannst deinem Haustier helfen, wenn du es an die Reiseerfahrung gewöhnst. Zum Beispiel, indem ihr mit dem Transportkäfig, Auto und neuen Geräuschen übt. So wird das Reisen schnell zur Routine. Hattet ihr schon einmal euer Haustier im Urlaub dabei?